Und ich möchte gleich am Anfang sagen, also eine Botschaft für unsere Fans. Wir sind zu Hause und ich möchte, ich freue mich jedes Mal, wenn sie uns unterstützen, wenn sie mit dabei sind und jetzt für dieses ausverkaufte Spiel möchte ich unsere Fans bitten, dass sie uns so was von unterstützen, dass wir wirklich auch ein Heimspiel haben, dass der Gegner auch spürt, dass wir zu Hause sind und dass sie die Spieler, die Mannschaft, jeder einzelne Spieler so unterstützen von Ampfiff bis zum Abpfiff, also wenn das Spiel dann wirklich zu Ende ist, dass das der Gegner auch spürt und dass die Spieler das spüren, dass die Spieler spüren, okay, wir sind eine Einheit. Das Stadion ist uns, wir spielen zu Hause und die Spieler können alles raushauen, können alles geben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist so weit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und ich kann eigentlich auch nur sagen, okay, wir müssen ruhig bleiben, in uns drin bleiben. Wir müssen unsere Aufgaben, die wir gegen einen starken Gegner gut lösen und gut umsetzen. Und dann bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen können. Über die linke Seite, wir werden jemanden finden, der auf dieser linken Seite spielen wird. Und dementsprechend hat die ganze Unterstützung von mir, vom Staffel, von den Mitspielern. Und ich denke, dass wir das gut lösen werden. Und wir haben die andere, aber wir haben alle, die Matschel, die Matschel und die Matschel, die Matschel und die Matschel. Es ist eine große Herausforderung von dem Kursch. Die Kursch ist richtig anders in den ersten Mal. Der Kursch ist wichtig. Das ist wichtig, dass die Unterrichtung der Kursch ist. Es ist wichtig, dass die Kursch in der Kursch hat. Es gibt es auch von den Leuten, von den Leuten, die sie mit dem anderen auf den Weg zu arbeiten und die Leute zu arbeiten. Aber wir haben eine Möglichkeit von der Hedouk und die Verkaufung. Sie wissen, was sie zu wissen, was sie zu machen und sie zu helfen. Das ist das, was ich versuchen, zu machen es mit den Lingen. Wir haben eine Däufe für die Lingen. Wir haben sie zu helfen, um die Hedouk zu machen. Es ist wichtig, dass wir die Hedouk haben. Wir wissen, dass wir die Hedouf sind, dass wir uns selbst zu machen. Wir wissen, was wir wollen. Wir wollen nicht mehr, wie wir die Reise haben. Wir wollen alle die Verwälder in der Lage sein. Wir wollen alle die Arbeit machen. Mit der Nachteiligen Kappertän-Alleim-Makloul. Wir werden wohl jemanden in der Nähe des Schmales verletzt. Wir werden jemanden mit dem Lingen sein. Wir werden es in diesem Ort geben. Wir haben einen Kampen für einen Kampen. Wenn wir ein Tor bekommen sollten und wenn wir den Pokal wollen, dann jedes Ergebnis einfach ein Tor mehr schiessen müssen, dass wir gewinnen müssen dann und ja, wir warten ab, wie das Spiel geht, aber ich bin natürlich zuversichtlich, dass es uns nicht passieren wird, wenn es passieren wird, dann haben wir die restlichen Minuten, um das Spiel zu drehen und das werden wir dem Team mitgeben und natürlich hier zu Hause und mit unseren Fans versuchen dann das Spiel oder schlussendlich den Pokal und zum Teil von Fun. Ich mache allo bei allen Wochen, dass ich zufrieden bin und ich denke, ob ich auf dem Land oder am Boden bin, ich denke, die Spiel, gar nicht, also muss ich noch die Reaktion, ich werde mit dem Telefon, ich werde mit dem Motivation. Aber ich mache immer eine Krise, ich freue mich, dass ich mich zufrieden bin, weil ich bin hier nicht, dass bin ich bin, dass ich mich dazu bin, da kann. Das ist natürlich auch meine Aufgabe. Wir haben im Hinspiel schon gesehen, dass das ein sehr starker Gegner ist und wir den absolut respektieren. Ich spreche jeden Tag mit den Spielern und dementsprechend habe ich nicht irgendwie eine Überheblichkeit gespürt, wenn das von aussen reingetragen wird oder wenn der eine oder andere darüber schreibt oder das Gefühl hat, dass es selbstverständlich ist. Das kann ich ihm hier sagen, dass das sicher nicht der Fall sein wird. Und dementsprechend ist unsere Aufgabe im Staff, die Spieler so vorzubereiten, dass sie natürlich versuchen, ihr Maximum zu bringen, dass sie den Gegner aber auf keinen Fall unterschätzen und das wird morgen sicher nicht passieren. Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich denke nicht, dass es außergewöhnlich viel oder anders war in einem Spiel. 90 Minuten ist normal, dass es Zweikämpfe gibt und dass man dann vielleicht beim einen oder anderen mal, natürlich auch aus meiner Sicht vielleicht oder aus der Sicht von unseren Spielern, dass es vielleicht einen Fall mehr hätte geben können. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass das bei uns passieren kann. Also da schaue ich eigentlich nicht groß drauf und ist jetzt auch für die Vorbereitung nicht entscheidend, dass wir das reinbringen. Und grundsätzlich ist so klar, dass man natürlich verschiedene Szenarien vorbereiten muss und das machen wir im Staff drin. Und dementsprechend, wenn das passiert auf dem Platz, dann muss man reagieren und das werden wir tun, wenn es die eine oder andere Situation erfordert. Ich habe einen Schatz auf den Schaufern gesehen, dass er in den Schrauben einfluss zu sehen ist. Die Schrauben kann ich nicht sehen, wie es die Schrauben kann, in der Schrauben kann, die Schrauben kann es nicht mehr sehen. Aber es ist eine große Herausforderung, aber es gibt einen Schrauben, weil es eine große Herausforderung ist, die anderen Karten kann, die Züge für die Schrauben einfluss hat. Und das ist auch die Schrauben, die Schrauben, die andere Menschen, die Schrauben kann, was er sagen, dass er auch ein Fluss hat. Vielen Dank für's Zuschauen.